Ja, Moin Pyros, heute mal im Test von Iskalein bzw. Funke, die Blasq. Ich habe hier nicht ganz so viel Platz, deswegen lege ich sie mal hin. Wir haben eine Kategorie von F3, ein Schein ist dafür erforderlich. 648 Gramm NEM auf 36 Schuss verteilt bei 42 Sekunden Brenndauer auf 30 Millimeter Kaliber. Damit ist auch schon alles gesagt, der Effekt ist ganz cool. Eigentlich sollte ich die Blasq bekommen, gab es nicht mehr, habe ich die Blasq bekommen. Das nur nochmal als kleine Anmerkung, aber das Ding ist auch sehr gut, kann ich empfehlen. Viel Spaß beim Test. Iskalein Blasq. Iskalein Blasq. Iskalein Blasq.